...Belohnungen eingetauscht werden. Wabakatz! Eine Bonusbelohnung! Ah! Sehr vernünftig. Eine unvergleichliche Belohnung. Süßer Redeltar! Eine Bonusbelohnung! Geschmeidig! Parkroti hat noch nie ein derartiges Maß an Glück gesehen. Ihr habt einen neuen Rekord aufgestellt. Ein glückliches Händchen. Wundersame Edelsteine. So funkelnd. Das wird sich als nützlich erweisen. Eure Belohnungen warten. Eine solide Wahl. Aha! Helle Monde. Eine Bonusbelohnung. Ganz hervorragend. Diese Edelsteine. Geschmeidig. Seid ihr bereit, eure Belohnungen zu offenbaren? Wie duftend. Sucht euch eure Belohnungen aus, meine Freundin. Haha! Wählt eure Wahl und offenbart so eure Belohnungen. Parkroti weiß, eure Beharrlichkeit zu schätzen. Seid ihr bereit, eure Belohnungen zu offenbaren? Ha! Wählt eine Belohnung. Ah! Eure Belohnungen warten. Durchhaltevermögen ist eine Tugend, meine Freundin. Eine angemessene Belohnung. Dieser lädt euch eines erneut zu versuchen. Seid ihr bereit, eure Belohnungen zu offenbaren? Sollen wir es noch einmal versuchen? Parkroti ist wahrhaftig beeindruckt. Eure Belohnungen warten. Leider gibt es keine Kisten mehr. Aber ihr könnt jederzeit noch weitere kaufen.